Exoder Blog, echte Gerichtsurteile. Ich bin Anita Farke und freue mich spannende Urteile aus dem Leben zu präsentieren. Bundesjustizminister, keine Verschärfung im Strafrecht nötig, nach Angriffen auf Politiker. Die Diskussion um verstärkte Repressionen nach politischen Übergriffen, Buschmann sieht keinen Bedarf für eine Verschärfung des Strafrechts. In der deutschen politischen Landschaft ist eine lebhafte Debatte entbrannt, nachdem in letzter Zeit mehrere Politiker Opfer von teils heftigen Angriffen geworden sind. Vielfach wurden Stimmen laut, die eine Verschärfung des Strafrechts forderten, um Politiker besser vor solchen Angriffen schützen zu können. Eine solche Maßnahme jedoch stößt nicht überall auf Zustimmung. Britta Dassler, Bundestagsabgeordnete der FDP, wurde im September 2023 Opfer einer Attacke und erlitt dabei schwere Verletzungen. Viele seiner Kollegen sahen dies als Anlass, den Ruf nach härteren Strafen für solche Taten laut werden zu lassen. Doch die Entscheidungen des rechtswissenschaftlichen und politischen Establishments konnten die erhitzten Diskussionen nicht abkühlen. Auch Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP und bekannt für seine liberale Haltung, hat in dieser Debatte klar Stellung bezogen. Er hält eine Verschärfung des Strafrechts in solchen Fällen für unnötig. Während einige seiner Kollegen ihn für diese Meinung kritisierten, begrüßen andere seine Stellungnahme als Ausdruck einer liberalen und menschenrechtsorientierten Rechtsauffassung. Auf einer Pressekonferenz erklärte Buschmann seine Standpunkte, das Strafrecht ist bereits streng genug. Eine mögliche Verschärfung würde nicht zu einer Verringerung der Angriffe führen, sondern eher dazu beitragen, dass politische Diskussionen weiter polarisiert und möglicherweise noch mehr Hass erzeugt wird. Er argumentiert, dass das Problem nicht in der Strafgesetzgebung, sondern in der gesellschaftlichen Polarisierung und der zunehmenden Akzeptanz von Gewalt liegt. In Buschmanns Augen würde eine Verschärfung des Strafrechts eher dazu beitragen, eine Atmosphäre der Angst zu kreieren und Kapital aus der Situation zu schlagen, statt die tatsächlichen Ursachen für Gewalttaten anzugehen. Darüber hinaus betonte er, dass eine solche Verschärfung das grundlegende Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzen könnte und damit die Grundrechte der Bürger gefährdet. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir über eine Verschärfung des Strafrechts sprechen. Wenn wir diese Grenze überschreiten, verlieren wir mehr, als wir gewinnen könnten, warnte der erfahrene Liberale. Er hielt es für besser, sich auf die Prävention und Sensibilisierung für politische Gewalt zu konzentrieren, statt die Repression zu verschärfen. Die Forderung nach strengeren Strafen bei politisch motivierten Gewalttaten steht im Zusammenhang mit der sogenannten Politiker-Strafrechtsnovelle, die eine höhere Mindeststrafe für Angriffe auf Politiker vorsieht. Obwohl die Novelle, die vom Bundesjustizministerium vorgeschlagen wurde, auf breite Zustimmung stieß, gibt es auch Befürchtungen, dass sie das politische Klima weiter verschärfen könnte. Marco Buschmanns Standpunkt markiert einen klaren Unterschied zur Mainstream-Meinung in dieser Debatte und reflektiert die Werte des Liberalismus und der Menschenrechte. Mit seiner Verteidigung der Verhältnismäßigkeit und seiner Forderung nach einem differenzierten Umgang mit politischer Gewalt ist er ein starkes Gegengewicht zu den Stimmen, die strengere Strafen und mehr Repression fordern. Die anhaltende Debatte zeigt, dass der Kampf gegen politische Gewalt weit mehr beinhaltet als bloße rechtliche Fragen. Es geht um grundlegende politische und moralische Überzeugungen und um die Frage, wie eine Gesellschaft mit Gewalt und Extremismus umgeht. Während der Ruf nach strengeren Strafen verständlich ist, sollten wir vorsichtig sein, nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Rechte der Bürger zu gefährden. Die Lösung liegt wahrscheinlich eher in der Prävention, der Bildung und dem Dialog als in der reinen Repression. Autor Anita Farke, Freitag 10. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.